Über Kurkuma wird derzeit ja wirklich eine Menge geschrieben und dem Gewürz werden wahre Wunderkräfte nachgesagt. Aber ist da wirklich etwas dran? Fakt ist, Kurkuma gibt Currygerichten, ihre wunderschöne gelbe Farbe. Und in Asien und Indien, wo Kurkuma ursprünglich herkommt, wird diese Knolle oder diese Wurzel tatsächlich als Heilpflanze gehandelt. Der Inhaltsstoff, um den es dabei geht, ist das sogenannte Kurkumin. In seriösen wissenschaftlichen Studien konnte bislang allerdings nicht nachgewiesen werden, dass Kurkumin irgendeine Wirkung gegen Krankheiten hat. Nichtsdestotrotz, Kurkuma ist ein ganz, ganz tolles Gewürz, auch wenn man beim Schneiden dieser Wurzeln besser Gummihandschuhe anzieht, denn diese gelbe Farbe, die färbt wirklich hartnäckig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017